Hallo YouTube, wir machen weiter mit Fakrui Primal. Eider Daos. Ja, da geht es weiter auf YouTube mit Fakrui Primal, wie gesagt. Es wurde schon gefragt, wann es denn weiter geht, aber ich muss dazu sagen, ich kann es eben immer nur aufnehmen, wenn ich streame, weil ich möchte das nicht als Offline-Projekt starten oder weiterführen. Das ist ganz explizit ein Stream-Projekt. So, wisst ihr Bescheid, ne? Okay, wo muss ich denn hin jetzt? Ich muss die alte hier holen. Äh, Jaima, die Jägerin. Okay, und hier ist nochmal ein Außenposten. Und hier ist auch ein Außenposten. Picky-Fleisch-Außenposten. Das passt. Waren wir. Ah, 400 Meter, das ist immer so weit weg alles, ne? Uh, an deinem Bayerisch musst du noch arbeiten. Ja, ich weiß. Übrigens, ich werde nicht so viel mit dem Chat reden. Tut mir leid, Chat. Aber, ja. Oh, oh. Die kann ja mich von da vorne sehen, sag mal. Das ist krass. Oh, ich hab kein Hartholz. Was? Steinsplitter? Okay. Und keine Knochen. Wow. Man braucht so viel Kack für alles hier. Achso, guck mal. Steinsplitter, die hab ich jetzt als Sekundärsache. Und diese Bomben kann ich ja auch werfen. Oh, das ist mein Kätzchen. Mein Kätzchen. Ähm, die konnte ich nochmal anzünden. So, ne? Wow. Ey, ey, ey. Ein Tiger. Ach, du Scheiße. Guck mal hier. Fleisch. Okay. Ich teile erstmal meinen Tiger, ne? Oh Gott. Oh nein. Erstmal heilen. Ich stürm jetzt. Fliege vor meinem Feuer, du Schwein. Das ist zwar kein Schwein, aber trotzdem eine Sau. Die Bro. Oh, warte, jetzt fängt hier alles. Ich hab Feuer am Höschen. Der flieht. Alles klar. Dann hau mal ab. Ein lila Blatt. Ich müriere euch nicht. Im Chat. Wie gesagt, ich will nur ein bisschen jetzt Immersion walten lassen. Das ist bei mir sowieso immer schwierig. Aber was? Taschbegegenstand ist voll. Na dann. Hard holds. Oh, der ist tot? Krass. Oh Gott. Oh, Kopfschuss. Ha, ha, ha. Läuft doch. Ach, ne, das war... Okay. Oha. Tasche voll, du kannst nichts nehmen. Ja, danke. Tickliche Rohstoff sind jetzt verfügt. Oh, was sind das für Viecher? Das Schweinchen. Ich werd mal das Lager holen, sonst renne ich hier ewig nur rum. Läuft dann der Stream gut, Leute? Ist ein Tapir, oder? Oh, komische Viecher. Noch mehr Hard holds. Die Tasche voll. Lass mich doch hier so eine Keule, genau. Knochen haben wir jetzt auch wieder. Was ist das eigentlich? Steinspiel, da kann ich die werfen wie... wie Wurfdolche, oder was? Wahrscheinlich, ja. Läuft super, alles klar. Gut, das freut mich. Was ist denn hier zu sammeln? Ich glaube, ich werd vielleicht mal... Hier, Grünblatt. Hab ich gleich drei Heilungen, oder... Gesundheitsbalken, Verlingertschaden durch Feuer. Es schwer, dass Tiere nicht zu entdecken, ist ganz cool. Sprint ist 30% schneller. Ich nehm' erst mal das mit Grünblatt. Ja. So. Was haben wir denn hier zu tun? Jack. Rothund. Ah, ich hab' ne neue Fähigkeit. Das ist es. Ah! Säbelzahntiger und Braunbären. Geil! Geil! Hat's grad geklingelt? Moment, ich komm' gleich wieder. Ja. Ja. Okay. Also. Ja. ah diese blöde post die klingeln immer bei uns ja die klingeln immer nur weil sie rein wollen die tür ich hab sie gehört ok ja wie gesagt die wollte immer rein und dann klingeln die das ist so doof dass sich so blät alles klar auch ein mammut viele mammuts mammuts ist das ist wieder stein davon ist ein weißes tier warte mal ist das ein berglöwe auch geile kann ich mir jetzt zähmen oder da ist ein blut von oros holzt ihr ein weißer berglöwe geil gleich mir kätzchen ein höhlenlöwe ist es kein berglöwe alles klar geil warte mal habe ich mein bestienmenü geil das ist das beste was es gibt eigentlich säbelzahntiger ein nabenbär ein höhlenbär nicht sehen wir kann ich noch nicht und ein dachs das sind solche mistviecher diese honigdachse in far cry 3 oder 4 wo das war das waren solche mistviecher seltener schwarzer jaguar das ist super das will ich habe das viel ja ich habe mein eigenes tier wieder mal ein neues ok also im pausenmenü scheint das spiel gut auszusehen sagen die leute das ist schön das freut mich hier los die greifen gerade die mammuts an das hat doch von euch also wie sie fliegen ich hab dir nichts getan mammut lass mich in ruhe bitte lass mich in ruhe bitch kann das brennen vielleicht nicht oh gott ach so na dann nämlich mal ein bisschen ja ich war doch hinter baum weil ich mein tier ich hatte eben volle lebensenergie ja das will ich nicht gesehen haben weiße ich wollte dem viel noch helfen ja auch nein bin ich jetzt wieder hier das ist auch kacke naja holen wir uns mal alles raus das finde ich echt dumm jetzt ganz ehrlich ich wollte dem viel helfen ja und was passiert ich kriegs wieder ab habe ich das gerne wo bin ich jetzt auch nähe oder jetzt muss ich die ganze auch kommen leckomio ganz ehrlich tasche voll kannst nichts nehmen ja danke das finde ich dämlich was ich habe dem mammut echt nichts gemacht und ich krieg wieder voll eins auf die schnauze aber ich mein berglöwen wenigstens noch nein es gibt so viele tasten nein er ist tot ach so pfeifen da ist er wieder da da lebt er wieder kopfschuss oh was hey wollt grad sagen ne richtig streich bleib hier will streicheln die sind so cool ja ja ich weiß chrissy die mammut sind stark ich hätte selber einspielen können für den arsch wie kann ich nochmal das vieh draufhetzen mit alt oder so oh nein da kommt er wieder das ist schön gmk dass du wieder dabei bist so ich bewege mich jetzt ein bisschen schneller dahin auch wenn es wieder sehr viel versuchungen gibt anzuhalten und zeug zu sammeln wie hat einer ein kommentar geschrieben ich glaube aber das war so ein kapper kommentar sagte hey warum stellst du eigentlich die animation ab für aufheben dann kannst du auch gleich die lichteffekte und so weiter ausstellen dass ich mir so hä kappa vergessen das mal los lösen war das stein oder ist der oben ich hoffe mal heute macht die festplatte länger mit über letztes mal war die ja ratzfatz voll als ich hier far cry aufgenommen habe und dann muss ich irgendwann mittendrin abbrechen ist der stein ist jetzt doch hier unten meine güte drauf ich habe wahrscheinlich sowieso bald wieder alles voll mit zeug nein jetzt bin ich hier wieder unten der stein der ist jetzt kein stein habe ich schon abgebaut wahrscheinlich dein pc ist abgefackelt ach du gute güte macht er sowas hast du dein pc ab so liebe mammuts ich tue euch wirklich nichts das war ein missverständnis ich wollte euch helfen gegen diese spinner gegen diese anderen gut bleiben oh neuer stein piki fleisch außenposten oh ha die sieht ja wild aus wieder ne rinja verdammt ich hätte mit der eule erst ausspionieren sollen das sitzt kaputt auf 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 Au! Sag mal! Von wo denn? Du bist da ein Pennergesicht da oben. Jetzt reicht's. Ich heiße die Tasten leider nicht mehr. Wie kann ich nochmal das Vieh befähigen? BAM! Mein Lager. Oh, jetzt sind da ganz viele neue aufgetaucht. Sind das jetzt Wingers? Wu-Gut-Skills. Ein bisschen vielleicht. Wingers-Vergum-Höld. Standardmäßig mit G. Ich glaub ich hab das wieder umgestellt. Ich kenn mich doch. Genau. Guapati. Guapati. Ich muss ein bisschen Fleisch hier. Lecker, lecker. Okay, ich bin ja fertig. So, gucken wir mal, wo ist das nächste Lager und dann gehen wir mal langsam runter zur Jägerin. Warum ist schon wieder einer? Ein Außenposten. Oh, schon wieder 900 Meter, ne? Ich lass mich jetzt wieder ganz leicht ablenken. Ich kenn das doch. Ich mach wieder das. Ah, so geht's genau. Doch, geh, habt ihr recht. Ich hab ihn dir. Sehr schön. Was ist klemmflos, Brüder? Okay. Du Heiler. Erstmal das schöne Viehhallen. Ciao Siren. Achso, dieser Kreis hier bedeutet immer nur, dass da irgendwo was liegt, oder? Muss vielleicht mal ein bisschen lauter machen. Ja, ist gut da oben. Oh, ist grad ein Leopard. Oder Gepard, der was tötet. Ist der denn der Stein? Ich hör doch hier irgendwo was. So, mach mal erstmal alles kaputt. Wanger Armband? Wo war das denn? Ich hab's echt nicht gesehen. Ich bin ein bisschen blind. So ist das nun mal. Wanger Armband, eins von 25. Na toll. Sammle meinen Scheiß. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Warte mal, wo kann ich denn? Wo war der jetzt nun mal? Ah. Okay. Ich hab schon wieder ein Skill freigeschaltet. Was? Da brauch ich drei Fertigkeitspunkte. Oh, jetzt hab ich noch ihn. Äh, Effekte von Nahrung und Rezepten wirken 90 Sekunden. Na gut. Kollen und Sperrtechnik. Das Schwanken beim Ziel mit Kollen und Sperren wird deutlich reduziert. Und bei ihr hab ich das noch nicht? Was hab ich hier? Braucht er auch jetzt mehr Fähigkeitspunkte. Gesundheit wird verbessert. Hock Sprinter. Gesundheit zur Generation. Aha. Leiser Sprint. Gelände aufdecken. Ja. Ist vielleicht ganz nett, wenn ich mal mehr erkunden will. Hätte ich vielleicht schon Feuer nehmen sollen. Äh, Beute Takedown. Okay. Häuten. Ah, das ist nett. Das ist nett. Kann ich da nicht schon was Neues? Fick. Ich brauch immer noch Federn, verdammt ich. Südstein, Südstein, Staub. Hm. Sollte ich mich vielleicht mal ran machen, Südstein zu sammeln, hä? Seltener Südstein. Kann ich nichts bauen hier? Ist ja ekelhaft. Ach, wo ganz Hütten? Ich muss ja auch die Hütten wieder upgraden. Äh. Nein, ich spiele kein WoW. Hab ich nicht wieder vor. Es hat zu viel Zeit geraubt. Hör auf. Ihr seid Freunde. Ein Dachs, guck mal. Mistviecher. Ey. Oh Gott. Huh. Ein Dachs. die habe ich so gehasst in far cry 3 genau ich spiele die bei lol richtig oh Mist Viecher Flangen sind echte Doofviecher Ah du bist ein Wanger Was? Was? Okay ich lass meine Federn ja ich hab ne Feder ich hab ne Feder und hab ein bisschen größer und köcher bären braunbärenfell ok eulenangriff ja nee erstmal nicht ich spare mir punkte sag wie ist tot bitteschön mhm Oh jetzt hab ich da keine Zutaten Eieiei Was? Töte und durchsuche den Träger ok Lass immer stehen Oh Warum kann ich den nicht rufen komm her ok Was haben die eigentlich gegen mich? Die sind aus Revenger Ja Warum? Warum sind die gegen mich? Oder ich gegen sie? Weiß ich nicht So fies sehen die gar nicht aus Und warum wird hier Stein angezeigt obwohl er kein Stein ist? wahrscheinlich wieder irgendwo in der Höhle? Ja, keine Ahnung. Den Südstein bekommt man ganz im Norden, Jan. Ist klar. Kappa. Nimm das, das Zeug. Alles gut. Ich habe nichts gespürt. Bin ganz schnell. Schiefer. Höhle der Sonnenläufer. Das ist ein Schweinchen. Ich wette, hier drin gibt es nämlich noch den Stein, den ich eben von draußen gesehen habe. Na, wo ist er? Hier ist ja gar nichts. Da ist ein Speer. Na gut. Nordschwarzstein. Okay. Und Südahorn. Oh mein. Geh doch mal weg. Geh mal. Wow. Geh da hin. Jetzt komm her. Willst du nichts fressen? Na gut. Oh, da ist wieder ein Stein. Ich sehe es. Oh. Da ist ein Stein. Wo ist der? Der ist über mir, glaube ich. Wenn ich mich hier bewege, sieht das Bild echt gut aus. Das ist schön. Ich weiß, dass der blaue Punkt meine Miets ist. Das weiß ich. Oh. 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 Na gut. Geh mal wieder raus. Was ist da schon wieder? Oh. Oh. Da hab ich doch gerade alle kalt gemacht, Mensch. Oder war das ein anderer Eingang? Ach, rette den gefangenen Wanja. Okay. Ist er jetzt tot? Och nein. Die haben ihn bestimmt platt gemacht, oder? Ja, natürlich. Ärgerlich. Kannst du nichts machen. Wo ist der Stein jetzt hin? Mit der Hand drauf. Der war doch. Ah, da ist er. Nein. Doch. Nein. Mit Ziege. Ach, der war doch in der Höhle. Ach, kack drauf. Immer dieses ewige Rumgesuche nach Items. Da kann man das Spiel auch unnötig mit strecken, ne? Hier. Erstmal was essen. Komm her. Kätzchen. Oh, der sieht so hübsch aus mit seinen blauen Augen. So. Dann machen wir das zu den Punkt holen und dann holen wir uns endlich diese Jägerin. Lauf, Frau, lauf. Das tue ich dir weh. Ich finde das so unnötig, dass sich die Wanger oder überhaupt diese normalen Menschen hier gegenseitig so umringen wollen. Warum macht ihr nicht nur diese großen Typen platt, die euch wirklich töten? Also brutal töten und sagen, Wanger sind schwach und so weiter. Ich kann es nicht mehr lesen, dass meine Tasche voll ist. Das nervt mich voll. Danke, Juli, dass dich mein Bart erfreut. Das ist nett. Das freut mich auch. Ist da nicht... Na, da ist noch was. Ne, okay. Ging das nochmal mit der Eule? Ach, Y, genau. Hulu. Da ist das Horn. Da ist noch ein Horn. Und da ist ein gefangener Wanger. Okay. Ich bin so gut. Na toll. Erstmal schon was essen. Ja, Plasch. Kannst du gerne machen. Bring mir Beef Jerky. Ich hab ja alle Zeit der Welt. Ich kann einfach mal das Forgot nicht brennen. Voll aufgespäst. Geh mal ein Schwer zurück. Au. Nein. Mein Tierchen. Komischerweise geht das Wiederbeleben schneller als heilen. Was soll das? Halt dich. Halt dich, halt dich. Ich hab grad was gegessen. Ach so, das war's. Okay. Mein Kätzchen hat sie alle getötet. Hallo, Dark Souls. Erstmal tanzen. So. Alles einsacken. Und ihr brennt schon wieder. Ich hasse Feuer in diesen Spielen. Das ist furchtbar. Er hat nen Speer im Kopf. Voll mit Grünblatt. Na, klasse. Wo ist denn der Wenger jetzt hier, der eingesperrt war? Hab ich denn? Wow. Ich wollte schon sagen, sind alle despowned, oder was? Wie war das? Alles, was ich drüber sammle, wird doch in die Beutetasche gelegt, oder nicht? Oder wie, oder was? Dann kann ich ja auch wieder alles andersrum, ne? Die kann ich nicht wieder ins Lager zurückpacken. Hm. Naja. Nicht so wild. Gut, jetzt gehen wir endlich mal zu dieser anderen Jägerin. Dahin. Jaima, die Jägerin. So. Weg, 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 weg. Tierchen, weg, weg, weg. Nicht brennen. Lass mal mit Fleisch löschen. Oh Gott. Oder erstmal löschen im Wasser. Ey, das Tier brennt immer noch. Er brennt. Hm. Ihr seid euch nicht sicher. Oh, ne Schildi, die will ich nicht töten. 500 Meter, ja gut. Oh Gott. Alter Schwede. Alter Schwede. Mach's tot. Ach du, ey, der kommt so ein fetter Alligator. Oh, der hat mir nichts abgezogen. Knochen. Tasche voll. Du kannst nichts nehmen. Ja, toll. Ich glaube nicht, dass Kätzchen schwimmen mag. Habe ich schon zwei Skillpunkte? Einen. Ach Kinder, was brauche ich denn? Südstein. Immer noch Südstein, Staub. Den Speer kann man bis Stufe 5. Interessant. Der Speer wird wohl so die Allrounder-Waffe, wenn ich das richtig sehe, wenn ich den weiter ausbilde. Upgrade. Ich teste mal ein bisschen die Steinspitzen. Ja, ich bin auch erschrocken. Per se von ihr. Ich bin auch erschrocken. Kätzchen ist wieder da. Wieder schiefer. Oh, ich werde wieder... Oh Mann, warum werden die alle aggressiv? Ich muss mir echt bald mal ein Skill holen, dass die Tiere mich hier ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Oh, Lagerfeuer entdeckt. Na sowas. Oh, ne neue Fähigkeit. Nice. Ah, was ist hier los? Ich wollte den... Ja, Tierhaut. Was ist die Schlange? Hallo? Toll, gibt 5 XP, so eine Schlange. Naja, besser als nix. Oh, wow. Warum sind hier alle böse? Gibt's keine netten Menschen mehr oder irgendwas? look at die strikes Halt, sal. ів o